Freunde, ich weiß nicht, ob man mich hört. Eligella ist momentan in Athen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich habe jetzt zwei Flüge hinter mir. Ich habe ganz genau 0 Minuten geschlafen. An alle, die im Flugzeug schlafen können, ihr habt ein Rad ab. Sidney Friede, der Knecht, wird mich in einer Stunde abholen. Ich fliege jetzt nach Mykonos und danach weiß ich nicht. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir selbst? Wie geht's supi? Ja, schön. Ich glaube, das wird die ganze Zeit auch anfangen. Ja, das geht, ich glaube ich auch. Aber wir geben unser Bestes. Freunde, wir haben es geschafft. Eligella mit 0 Minuten Schlaf. Na, mein Bester. Spaß, alles gut. Na, bei dir. Alles klar? Wie geht's? Wie geht's? Was für die Kamera, Nika? Ja. Junge, die ist übertrieben gut. Na, dann gab es Marco Fono. Das ist ja dumm. Ich bin der Ex-Foto. Junge, könnt ihr nicht irgendwo sparen bei irgendwas? Was denn? Du mal in ihrem Auto handen. Ja, ich denke, wir gehen klasse. Nee. Ja, wir sind hier. Das war's. Eigentlich ist man beim Urlaub da, um zu entspannen, aber es ist der Gruppenzwang, Freunde. Wenn du mit Profis in Urlaub liegst, ich komm an, ich denk, ja, lass uns erstmal essen. Ich komm an, die kommen mir mit, lass laufen gehen. Lass laufen gehen. Ich dachte, wäre ein Joke, aber guckt euch den Ball an. Ja, ich komm mit euch laufen. Siehst aus wie ein Witz. Mit Kamera. Nein, nur soll ich nur Intro werden. Freunde, ihr, die gerne geht jetzt laufen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich danach drauf bin. Ich weiß nicht, ob es fokussiert. Sieht so lost aus, wenn ich selber film. Glaubt auch, das geht. Lass mich in Ruhe. Ich wusste doch nicht, dass ich hier im Trainingslager bin mit euch. Keiner zwingt dich. Ja, ja, keiner zwingt mich. Ich weiß nicht, ob ich mitlaufen soll. Die hat mich hier fast rausgeschmissen. Digga, ehrlich? Mir ist doch scheißegal. Was hast du da überhaupt an? Was ist das? Volls gut. Freunde, ich bin hier, um Urlaub zu machen. Das ist das Problem, wenn man mit Profis in Urlaub fliegt. Die gehen jetzt laufen, Digga. Die meins ernst. Die gehen jetzt laufen. Das Problem an der Sache ist, dass ich mitlaufen gehe. Der Typ ist am Beißen. Scheiße. Die waren gerade laufen. Digga, hat es nichts verdient. Ich sage euch ehrlich. Wie war denn so gechillt laufen? Ich bin als erstes durchs Ziel gegangen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für dich auch, aber was soll ich euch sagen? Ja, hä? Why the fuck you lying? Ich mache jetzt. Digga, ich mache. Wie läuft? Oh, man. Oh, wie Arsch sind da. Eli, kannst du stehen? Ja, ich kann stehen. Hier kannst du nicht stehen. John, wie war Elis Performance? Ähm, nicht enorm. Oh, ich bin auf dem ersten Platz. Ich bin gerade auf dem ersten Platz. Hinter mir niemand. Nein, nein. Nicht enorm. Warst du schlecht? Am Anfang warst du gut mitgegangen. Berg hoch. Ja, dann ging bergauf. Aber du wirst es nicht gewohnt. Dann ging bergauf und bergauf ist das Ende. Freunde, wir gehen jetzt gleich los. Ich weiß noch nicht, wohin. Wohin gehen wir? Perfekt. Da gehen wir hin. Ich hoffe, es wird nicht zu voll. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Freunde, Abstimmung. Sieht Jordan, Bruder Junior, aus wie Jordan? In meinen Augen 1 zu 1. Nur, dass Junior noch zehnmal breiter ist. Abstimmung jetzt rutsch und rein. Das ist so mies breit. Das ist so mies breit. Das ist ja auch mies breit. Freunde, der erste Abend ist vorüber. Was soll ich nur sagen? Das ist die Stoppfittin. Hängst du? Freunde, ich sage euch ehrlich, ich bin schon ein bisschen angenockt, sagen wir es mal so. Es war ein harter Abend, genauso hart wie mir nicht vorhanden war. Oh, Digger. Ja, okay, nee, 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 ist nicht vorhanden, okay, ist nicht vorhanden. Es geht, Leute, es geht, es geht, es geht, es geht. Was ist das? Warum guckst du so? Weil du hast ein Problem? Zuckern, weißt du? Zuckern. Digger, was? So, Freunde. Er ist erwacht. Wir gehen heute zu Nussrit. Also, wenn das nicht krass ist, dann hat der Mann ein Problem mit mir. Sag ich euch ganz ehrlich, was da immer so viele Storys gemacht werden. Guck dir mal dieses tote Wesen an. Guck dir mal dieses tote Wesen an. Eli Geller. Ich bin schon. Ich bin schon. Schau mal deine Achselhaare an. Ekelhaft. Ich bin nicht eigentlich zum Tod. Ekelhaft. Ekelhaft. Und letztendlich. Ekelhaft. 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 Das war's. 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 Yeah. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war. Das war's. Das war's. Hey. Das war's. Wir sind. Wir sind jetzt hier. ... 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